Viele haben explizit auch gesagt, dass sie einen positiven Effekt auf den eigenen Lernerfolg feststellen konnten. Ich glaube, es ist wichtig, einfach mutig zu sein. Dafür kann man meiner Meinung nach auch mal eher unkonventionelle Dinge ausprobieren, die dann auch mal lustig sein dürfen. Mein Name ist Sarah Schulz. Ich bin akademische Rätin auf Zeit am Fachbereich Theologie im Institut für Altes Testament und habe im vergangenen Wintersemester ein Flipped Classroom-Konzept umgesetzt für das Pro-Seminar Altes Testament mit dem Titel Ex Miro, Exegese mit Miro. Ich habe heute eine Box mit Post-its mitgebracht, weil wir mit diesen Post-its sehr viel gearbeitet haben in diesem Seminar, allerdings nicht analog im Seminarraum, sondern digital im Flipped Classroom. Das Flipped Classroom-Konzept ist eine gute Möglichkeit, die Vorteile von analoger Lehre und digitaler Lehre zu verbinden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Handlungsfeld für die Weiterentwicklung der akademischen Lehre in den nächsten Jahren. Deswegen bin ich sehr überzeugt von diesem Flipped Classroom-Ansatz und verwende den auch mittlerweile in sehr vielen meiner Lehrveranstaltungen. Für mich als Dozentin hat es auch viele Vorteile, weil ich in dem digitalen Format viel besser verschiedene Lerntypen erreichen kann. Also anders als in der Präsenzlehre ist eben nicht vorausgesetzt, dass alle zur selben Zeit das Gleiche machen und auch verstehen, sondern indem ich digitale Lernmaterialien zur Verfügung stelle, hat jeder die Möglichkeit, sich die Lerninhalte in seinem eigenen Tempo anzueignen, bei Bedarf auch Dinge zu wiederholen oder bei Interesse und entsprechender Fähigkeit eben auch Lerninhalte zu vertiefen oder weiterzuentwickeln. Die Selbstlernphase basierte vornehmlich auf zwei Säulen. Zum einen gab es einen Stud-on-Kurs, in dem ich den Studierenden digitale Lernmaterialien zur Verfügung gestellt habe, in Ilias Lernmodulen und Lernsequenzen. Da war mir wichtig, verschiedene Lerntypen zu erreichen, indem ich unterschiedliche Materialien zur Verfügung gestellt habe, also Texte, Videos, Podcasts oder Memes. Und der zweite wichtige Bestandteil war die Arbeit mit dem interaktiven Online-Whiteboard Miro. Das haben wir genutzt, um über die gesamte Vorbereitungszeit als Gruppe miteinander zu kommunizieren. Da war ein ganz wichtiges Tool, waren die sogenannten Sticky Notes, auf denen die Studierenden ihre Ideen und ihre Ergebnisse festgehalten haben. Die kann man ganz toll miteinander verbinden. Man kann darauf reagieren, man kann die kommentieren, man kann die clustern, man kann die verschieben. Da sind Woche für Woche sehr schöne, bunte Gebilde entstanden. Ich habe mich als Dozentin auch moderat eingebracht in diesen Prozess und habe Fragen beantwortet oder auch Fragen gestellt, wenn ich das Gefühl hatte, die brauchen jetzt noch einen Input, um da irgendwie sinnvoll weiterdenken zu können. Wir haben in den Präsenzeinheiten eigentlich weiter mit unseren Frames gearbeitet. Also wir haben das, was wir da in der Vorbereitung kollaborativ erarbeitet haben, einfach in der Präsenzeinheit nochmal vertieft. Ich als Dozentin konnte sehr gut antizipieren, wo die Studierenden Schwerpunkte gesetzt haben in der Vorbereitung, konnte sehr gut sehen, wo die Herausforderungen lagen, wo auch noch Probleme bestanden. Man konnte das dann ganz, ganz gut zielgerichtet angehen. Und auch die Studierenden kamen schon sehr aktiviert in die Präsenzeinheit. Also die kamen schon im Dialogmodus. Wir konnten wirklich eigentlich direkt in die Problemanalyse gehen. Und das hat, also meiner Wahrnehmung, das spiegelte sich auch eigentlich in den Evaluationen, waren die Präsenzeinheiten sehr effizient. Die Methode, die da im Vordergrund stand, war ganz klassisch, das Unterrichtsgespräch. Also wir haben uns, wie auch in der Vorbereitung, die Inhalte weiter dialogisch-diskursiv erschlossen. Ich habe diese Lehrveranstaltung als sehr stark interaktive Lehrveranstaltung konzipiert und habe auch den Eindruck, dass das in der Umsetzung ganz, ganz gut geklappt hat. Interaktiv war bereits die asynchrone Lernphase, den Lernmodulen und Lernsequenzen. Ich habe mich bemüht, da immer interaktive Elemente einzubauen, zum Beispiel Einsendeaufgaben, auf die die Studierenden sich dann gegenseitig Feedback geben konnten oder ein Feedback von mir bekommen haben. Hochinteraktiv war natürlich dann die gemeinsame Arbeit im Online-Whiteboard Miro. Und auch die Präsenzeinheiten waren dann sehr interaktiv, weil wir da vor allen Dingen die Lerninhalte noch mal in der Diskussion vertieft haben. Mir da auch wichtig war, Freiräume zu lassen, um da noch mal auf die Bedarfe der Studierenden auch individuell eingehen zu können. Ich hatte den Eindruck, dass insbesondere die Bereitschaft, sich am Unterrichtsgeschehen, am Unterrichtsgespräch zu beteiligen, sehr viel höher war. Dass die Studierenden weniger Hemmung hatten, ihre Meinung auch einzubringen in das Unterrichtsgespräch. Das war etwas, was in den Evaluationen auch immer wieder angemerkt wurde, dass insbesondere diese kollaborative Arbeit in der Vorbereitungsphase motivierend oder auch disziplinierend auf die Studierenden gewirkt hat. Der Leistungsnachweis im ProSeminar Altes Testament wird das Curricula festgeschrieben und wird im Rahmen einer ProSeminar Arbeit erbracht. Das heißt, auf die konkrete Prüfungsform hatte das Flip Classroom Konzept jetzt keinen Einfluss. Ich hatte aber das Gefühl, und das beschädigt sich erfreulicherweise auch vom Ergebnis her, dass die Studierenden durch das Flip Classroom Konzept sehr viel besser auf die Herausforderungen einer ProSeminar Arbeit vorbereitet waren. Einfach weil sie häufiger geübt haben und dadurch auch besser gelernt haben, eigene wissenschaftliche Positionen zu formulieren. Die meisten Studentinnen und Studenten hatten im ProSeminar Altes Testament nicht ihre Erstbegegnung mit dem Flip Classroom Konzept, was unter anderem daran liegt, dass ich auch schon eine weitere Pflichtveranstaltung in der Studieneingangsphase als Flip Classroom durchführe, in der die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ProSeminars schon waren, wenn sie in das ProSeminar kommen. In den Evaluationen wurde sehr häufig angemerkt, dass auch die Studierenden gemerkt und verstanden haben, dass Flip Classroom gut geeignet ist, um die Vorteile von analoger und digitaler Lehre zu verbinden. Viele haben explizit auch gesagt, dass sie einen positiven Effekt auf den eigenen Lernerfolg feststellen konnten. Oft wurde genannt, dass das kollaborative Arbeiten die eigene Motivation erhöht hat, also dass jeder Student, jede Studentin auch was zum kollektiven Lernprozess beitragen wollte. Es wurde öfters auch angemerkt, dass der Workload im Vergleich zu klassischen Präsenzseminaren sehr viel höher sei. Das empfanden einige als positiv, andere als negativ. Sehr interessant fand ich auch, dass mehrere Studierende zurückgemeldet haben, dass das Konzept es ermöglicht, dass man auch mal unvorbereitet zu einer Seminarsitzung erscheint und trotzdem noch gewinnbringend auch am Unterrichtsgeschehen teilnehmen kann. Das liegt daran, dass der Lernprozess über Miro einfach sehr transparent ist und jeder Teilnehmer des Seminars die Möglichkeit hat, sich da recht kurzfristig nochmal einen Überblick über den Gruppenlernstand zu verschaffen. Und auch wenn ich als Dozentin das nicht ganz unproblematisch finde und man natürlich schauen muss, dass sich da keine Einseitigkeiten entwickeln, würde ich grundsätzlich auch sagen, dass es ein Vorteil dieses Formats ist, weil die individuellen Lebensumstände der Studierenden einfach gut berücksichtigt werden können. Auch Studierende haben volle Terminpläne, nicht jede Woche ist gleich. Es gibt kurzfristige, unvorhergesehene, wichtige Dinge, die vielleicht mal dazu führen, dass man sich nicht so intensiv auf das ProSeminar vorbereiten kann, wie man es vielleicht gern täte. Ich glaube, es ist wichtig, einfach mutig zu sein, sich zu trauen, nochmal was auszuprobieren, auch mal unkonventionelle Dinge auszuprobieren. Ich glaube, Learning by Doing ist da eine ganz gute Devise. Step by Step. Man muss nicht gleich das komplette Seminar flippen. Man kann auch erstmal mit einzelnen Elementen anfangen. Man kann zum Beispiel Miro einsetzen, ohne dass man gleich für jede Sitzung ein digitales Lehrmodul erstellen muss. Es ist außerdem wichtig, sich an den Bedarfen der Zielgruppe zu orientieren. Also man muss mit den Studierenden sprechen. Man muss erstmal eruieren, was eigentlich deren Wünsche sind, was deren Präferenzen sind. Denn das ist ganz klar, motivierte Studierende sind das A und O. Wenn die Studierenden nicht motiviert sind, dann funktioniert das Flipped Classroom-Konzept nicht, weil es natürlich sehr stark auf Eigenverantwortung setzt. Und dafür müssen die Lehrmaterialien so gestaltet sein, dass sie den Wünschen und Bedürfnissen der Studierenden auch entsprechen. Fördermöglichkeiten der FAU für innovative Lehre zu nutzen. Ich hatte das Glück, dass ich bei allen innovativen Lehrformaten, die ich entwickelt habe, immer ausreichende Finanzierung hatte. durch jetzt in diesem Fall die Inkult-Förderlinie, aber auch schon durch den Innovationsfonds Lehre der FAU, was es mir ermöglicht hat, in relativ großem Umfang studentische Hilfskräfte zu beschäftigen, die mir natürlich einerseits sehr viel Arbeit abgenommen haben, andererseits aber auch sehr viel näher an der Zielgruppe sind, als ich das bin und dadurch auch sehr, sehr hilfreiche Hinweise zur Umsetzung, zur konkreten Umsetzung der Ideen geben konnten. Ganz wichtig ist, dass die Lernmaterialien so gestaltet sind, dass die Studierenden aktiviert werden, dass die Studierenden motiviert werden, dass die Studierenden einfach Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und dafür kann man meiner Meinung nach auch mal eher unkonventionelle Dinge ausprobieren, die dann auch mal lustig sein dürfen. Also ich möchte die vorhandenen Lernmaterialien jetzt aus diesem Seminar in den nächsten Durchgängen noch optimieren und auch erweitern. Da haben wir jetzt einen guten Grundstock gelegt in dem letzten Wintersemester. Ich bin jetzt im nächsten Wintersemester wieder dran mit der Lernveranstaltung, habe da auch noch mal eine studentische Hilfskraft, die mir dabei hilft, diese Materialien, die da sind, noch mal zu optimieren. Angedacht ist, dass ich für dieses konkrete Seminar, für diese konkrete Lehrveranstaltung auch noch ein E-Portfolio entwickle mit Miro, das dann als unbenoteter Leistungsnachweis erbracht werden kann von den Studierenden. Ich hatte jetzt im letzten Durchgang einfach keine Teilnehmer, für die das in Frage kam. Aber das wäre was, was ich jetzt im nächsten Semester gerne angehen würde. Und da ich jetzt im Zusammenhang von seminaristischen Lehrveranstaltungen schon sehr viel positive Erfahrung gemacht habe mit dem Flip-Classroom-Konzept, würde ich als nächstes gerne auch mal Vorlesungen andenken und versuchen auch Vorlesungen noch mal konkreter vom Flip-Classroom-Konzept herzudenken, ohne dass das bedeuten muss, dass ich da gleich komplette Vorlesungen im Flip-Classroom durchführe. 三 S S Untertitelung des ZDF, 2020